I surrender I surrender Word to you Word to you So I surrender Open to the George book of John Justice Stuttgart, the Lord of God, please fathers be tired Seidt nicht müde Und das einzige, wo ich gesessen bin, war die Zeit, wo ich hier weggefahren bin, nach Mien. Der dritte Brief des Johannes ist da. Okay. Ist das nicht da? Der dritte Brief des Johannes. Okay. So, to those that can read, and if you are having your own version, just look at this. Let us stand up and declare the word of God together. Amen. Can we all sing? Can we all start the same? Amen. So, in verse 2. Verse 2. Amen. So, ready? One, two, go. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Wir haben nur noch etwas, etwas mehr und mehr in den Wort Gottes, in den Gingen Gottes, wir werden nicht versagen, unser Körper wird auch nicht versagen, unser Körper wird auch nicht versagen, in der Name von Jesus, Halleluja. Wir haben auch eine Hilfsorganisation, und ich sehe auch einige unserer Brüder, die uns auch in Wien besucht haben, und ich sage, ich gehe in die Kirche, Gemeinde von Wiedernachter, und ich sage, mein Bruder ist der Pastor da, und ich sage, mein Bruder ist der Pastor da, und das ist eine Gemeinde, kein Problem, und es gibt einige Gemeinden, denen kann man vertrauen, und das ist die Wahrheit, Halleluja. So, we saw this, I brought the good news to you, Also, ich habe euch die gute Nachricht gebracht, Und was muss geheilt werden? Und was muss geheilt werden? Und der Befehl ist, dass du deine Gesundheit behältst. Und ich schaue, und ich schaue mir Wunder an, und das ist wirklich sehr überwältigend für mich. Und ich danke Gott für meinen Bruder, Und ich danke Gott für meinen Bruder, Und ich danke auch die Ältesten, und ich danke auch die Ältesten, für sie bei ihm stehen, und die einzige Frau. Amen! Die einzige Frau. Sie ist eine wahre Frau. Amen! Eine wahre Frau. 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 Weißt du, wenn du eine wahre Frau hast, dann wirst du es nicht verpassen. Ah, die Zeit für mich. Okay, gut. Die Zeit. Ja. Amen! Amen! Ich sage, eine Sache ist, die Heilung zu sein, die andere ist, die Heilung zu behalten. Und das andere ist, die Gesundheit zu behalten. Möchte ich eine Frage stellen? Seid nicht schüchtern. Wie viele per se haben wir geheilt? Kann auch in eine andere Gemeinde sein, muss nicht hier sein. Oder auch hier, in diesem Haushalte des Glaubens. Du warst geheilt. Aber du hast die Heilung verloren. Irgendeine Person. Irgendeine Person. Du brauchst nicht schüchtern darüber sein. Du brauchst nicht schüchtern sein. Manchmal. Werden Leute geheilt. Werden Leute geheilt. Aber sie verlieren die Heilung. Du willst dich nicht verlieren. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Wenn wir sagen, werde geheilt. Das ist nicht nur die körperliche Heilung. Es kann auch eine materielle Heilung sein. Es kann auch eine materielle Heilung sein. Und da wird es eingereitet, dem Geschäft geht es nicht gut. Und Gott hat dir versprochen. Und Gott hat dir versprochen. Dass deine Firma wirklich eine positive Umkehr bekommt. Und ganz plötzlich. Die Sorte beginnt zu danglehen. Ich bin ein Pastor. Und ich bin auch ein Geschäftsmann. Zur Heiligkeit Gottes. Ich weiß worüber ich spreche. Ich sage. Eines ist geheilt zu sein. Und eine andere Sache ist, deine Heilung zu bewahren. Gestern Nacht. Als ich gebetet habe für diesen Gottesdienst. Gott hat mir diese Botschaft gegeben. Du bist nicht mehr in der Heilung. In der Name von Jesu. In der Name von Jesu. Das ist das, was er uns sagte. Er sagte. Belong. Das bedeutet. Wenn du dein echte Brief schreibst. Oder zu deinen Verlobten. Dann sagst du, mein Liebster. Das bedeutet, dass Gott dich so sehr liebt. Don't resiste. Don't break it. Er sagt, for God so loved the world. Denn Gott hat die Welt so sehr gelegt. Dann hier, er sagt, be love. Und hier sagt er auch, meine Liebster. Above all. See. This says so. Above all. Er sagt nicht nur bestifte Dinge. Über all. Above all. Über all. Erstens, als ich gebetet habe. Da habe ich Serschnupfen bekommen. Und ich habe also gewusst. Ich habe gefühlt, dass es kommt. Und ich habe gesagt, du hast es jetzt verpasst. Ich muss diese Predigt bringen. Halleluja. Er sagt in allen Dingen. Er sagt nicht nur in einigen. Nein, nicht einigen. Alle. Halleluja. Dass du in guter Gesundheit sein wirst. Und es wird dir wohler gehen. Ist das in deinem, in deinem, in der Arbeit? Ich habe das dazu gesagt, wenn ich ein Geschäftsmann bin. Auch in deinem Geschäftsplatz. Und die Studenten, die sollten dann nicht, ihre Trüpfungen nicht schaffen. Das ist was hat jetzt gerade zu dir passiert. Wir haben das alles einmal getan. Du kannst dem Herrn nicht dienen, du bist ganz unten. Salve the Lord. Hier in dem Herrn. With all your heart. Mit deinem ganzen Herzen. With all that you have. Mit all dem was du besitzt. When my brother used to go to Vienna. When my brother used to go to Vienna. He knows he has the Francis to do that. Und er hat wirklich nicht die, so viel Geld. He said, oh. How can I be fooling in my car? Und er sagt, wie kann ich mein, äh, Benzin in mein Auto leeren? I said. Zeig. Tell your wife to, to buy the Benzin. Und ich habe zu ihm gesagt, sagt deiner Frau, sie soll den Benzin bezahlen. A time will call you no longer struggle for Benzin. Und eine Zeit wird kommen, da wirst du kein Problem mehr damit haben, was zu bezahlen. Are you still struggling with Benzin? I'll look at this water with this. I'll try it with a wonderful water. Hallelujah. We will lock ourselves doing all night every Friday. So it's not new. Und wir schließen uns einigen Freitag und machen Nachtgebet. Every Friday, myself, und Pastor Luke. Jeden Tag, ich, er und Pastor Luke. The pastor was not there. Und der Pastor war nicht da. No. Nein. Wir waren damals keine Pastoren. Three of us. Wir drei. And the room we're using. Und den Rohr, den wir verwendet haben. When he filmed the pastor. He filmed when he got to learn about it. Und wenn er dann darüber, als er darüber gelernt hatte. He took over the room. So this is Zimmermann's angry-normer. He moved from his own office to that place. Because in most cases... Would everybody understand Dutch? Who don't understand English here? I think that it is difficult. You're a room. Okay. 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 Good. No problem. No problem. So anybody that needed something will just tell the person, go to that room and something will happen. Also jeder, der eben etwas gebraucht hat, zu dem man gesagt, geht zu diesem Raum und der Arzt ist dann auch erhalten. Und wenn sie zu diesem Raum gehen, dann wird etwas passieren. Because we have consecrated that room. Denn wir haben diesen Raum eingenommen. Geheiligt. Hallelujah. That is what is happening in this place. Und das passiert hier an diesem Ort. Wenn irgendjemand etwas braucht, dann musst du nur in diese Umgebung hier kommen. So wenn du hinausgehst, da ist bereits der Antwort in deiner Hand. Ich salute dich. Hallelujah. Hallelujah. So Martin, we go back. Gehen wir zurück. Und wie viele von uns haben ihre Heilung nicht gehalten? How many? Anyone? You got healed and you lost it. The Holy Spirit cannot lie. It is not only you, my dear brother. If you are shy, okay, no problem. The Holy Spirit will bring back this healing. Back to you. In the name of Jesus. Whether you are so far busy and set back. Und ganz egal, ob es du einen Rückschlag hattest in deine Geschichte. Wenn du einen Rückschlag hattest, wenn du eine Arbeit verloren hast. Du wirst eine bessere Arbeit bekommen. At the end of this service. At the end of this service. At the end of this service. People get a wonderful phone call tomorrow. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You will get a wonderful business. You will get a wonderful business. You will get a wonderful business. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. But today. Aber heute. One of the principal things that may be put to lose your healing. Eines der Dinge, warum Leute ihre Heilung verlieren. They forget this scripture. Sie vergessen diese Schriftstelle. They didn't understand it. Sie verstehen sie nicht. It says above all. It says above all things. Why are you doubting in your mind? Why are you doubting the word of God? Why are you doubting the word of God? Don't doubt what the word of God has said. Sorry, I'm using a little true in six steps. The word of God is true. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Es ist schärfer als ein zweischneiniges Schwert. Don't doubt at all. Und zweifle überhaupt nicht. Don't doubt at all. Zweifle nicht. Hallelujah. All your questions. All your doubts. The answer is in the word of God. The answer is in the word of God. Hallelujah. 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 Even if they are last to you. Sogar wenn sie zu dir sagen. You will be taken away tomorrow. Dass du morgen abgeführt wirst. Just believe. Und glaube einfach nur. Even if you are already in the bus. Und sogar wenn du bereits im Bus bist. They are taking you away. Und die führen dich bereits ab. Just believe. Glaube einfach nur. One of our members, I thank God I saw him here. Und einer unserer Mitglieder, ich danke Gott, ich habe ihn hier gesehen. They were already taking him away. They have already taken him away. More than one and a half hour. Und die sind bereits eineinhalb Stunden gefahren. They called the driver. Und die haben den Fahrer angerufen. They said bring them back. Und die haben gesagt, ja, den Fahrer bringst du dich zurück. They brought them back. Und die haben sie zurückgebracht. Hallelujah. Hallelujah. Even if you are in your flight, it's already warming up. Und sogar wenn sie bereits das Flugzeug aufwärmen. Don't doubt at all. Self-wändigt. Hallelujah. Don't doubt at all. Zweifle nicht. Even if the plane has already no going. Und bereits wenn es bereits das Flugzeug wegfliegen möchte. Remember this auditorium. Und erinnere dich an diesen Ort hier. Don't remember my face. Erinnere dich nicht an mein Gesicht. Don't remember the face of your pastor. Auch nicht das Gesicht des Pastors. Remember this place. Sondern erinnere dich an diesen Ort. I'm a picture of God in you. Und habe ein Bild von Gott in dir. I'm a picture of God in you. Und habe ein Bild von Gott in dir. I'm a picture of the Word of God. Und das Wort Gottes auch. Sag ihm. Sag ihm. Remember your promises. Erinnere dich an deine Verheißungen. The plane will turn back. Und das Flugzeug wird wieder zurückfliegen. I'll say my friend go out. Und sag mein Freund gehen raus. My friend go out. Mein Freund gehen raus. Halleluja. 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 That is your push for the day. Und das ist was ich. Ich gehöre in Jesu Namen. Aber. Wanting. Eines. That the Word of God told us. Dass das was Gott uns sagt. In Psalm 107. In Psalm 107. Vers 20. Die 20e Vers. Vers 20. He said. Psalm 107. He said he sent the Word. Er sandte das Wort. He sent his Word. Er sandte sein Wort. And his Word healed them. Und sein Wort heilte sie. And delivered them. Und verbreite sie. From all their destruction. You only need the Word of God. Du brauchst nur das Wort Gottes. The Word of God is the one that heals you. Und es ist das Wort Gottes. Das dich heilt. I have no power at all. Ich habe keine Kraft. Keine Macht. Auch nicht nur ein Pastor. Nobody has. Niemand. The power to heal. Niemand hat die Kraft zu heilen. But Jesus is the healer. Jesus is the healer. Jesus is the healer. Through the Word. Through the Word. God the Word is Jesus. Denn das Wort is Jesus. The Word is Jesus. Das Wort is Jesus. And God sent his. He sent his. He sent his. Er sent his. I will be there. I will deliver the healer. Please. I will deliver the healer. Please. And I distraught you. I don't know wherever you are being healer cutting. Und ich weiß nicht wo du gefangen gehalten wirst. I don't care how deep it is. Es ist mir ganz egal wie tief das ist. Wie weit. You must be delivered. Du musst befreit werden. I said you are delivered. In the name of Jesus. In the name of Jesus. My brother. I congratulate you. I congratulate you. I congratulate you. I know what you are talking about. I attended one of the most dreadful politetic in Nigeria. And I am in a politetic in Nigeria. Very dreadful. And there are some. You cannot look at some of their eyes. It is not easy to give it all. And it is not easy to give it all. It is the word. It is the word. It is the word. That took him out of that destruction. Hallelujah. Halleluja. The word. The word. What you see there. That has delivered you. That has delivered you. Sorry for making you to stand. It is the word. The word. The word. That is Jesus Christ. That is Jesus Christ. Set him free from captivity. From destruction. The word that will also heal your pains. I don't care about whatsoever pain that you must have had before. You were healed. And it came back. And it is coming back. Today. I said in the word of God. I said the word of God. Take away those pains. Deliver you. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We are not in our abracadabra stuff here. We are not in our abracadabra stuff here. That is really magical. No. No. I would have run out and said. I would come go and eat in Dickiness house. I said Dickiness prepare stuff for us. Yeah. But I learned my only wife. But I learned my only wife. To come here. Um here to come. To come and celebrate with you. Und kommen und zu feiern mit euch. Hallelujah. I said it is not the more you see the less you look. Es ist nicht das wie mehr du siehst. Je weniger du siehst. Jesus cast out those demons. Und Jesus hat diese Demonen sehr schnell ausgetreten. The word. Which is the written word of God. Also das geschriebene Wort Gottes ist das. There are things you must do. 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 To keep your healing. Um deine Heilung beizubehalten. So that you will not lose it again. So that you will not lose it again. I will not lose it again. I have been healed. I have been healed. I have been healed. For more than 17 years. For 17 years. I was healed of liver disease. Und ich hatte Probleme mit der Leber. And also with... There are a lot of things they told me. So viele Dinge haben sie zu mir gesagt damals. They said I will live for only three months. Die haben gesagt ich habe nur mehr drei Monate zu leben. Three months. Drei Monate. Drei Monate. Drei Monate. I went to meet my wife. Und ich ging zu meiner Frau. They brought... Because I was seen was in the air. Und die haben was gebracht. The fire was too big. Und der ab, der war zu viel. I said three months. Habt ihr gesagt drei Monate? Okay. Gut. Me. Ich. Me. Ich. Drei Monate. No way. Kein, kein, nein das geht nicht. You have done your own job. Ihr habt eure Arbeit getan. Professor, thank you. Danke Herr Professor. Thank you very much. Vielen Dank. He said hello, we will take you to a hospital. Und er hat gesagt nein, wir werden dich jetzt ins Spital herheben. Ich habe gesagt nein, nein nicht mich. I have never slept in a hospital one day. Ich habe noch nie eine Nacht im Spital verbracht. Zur Herrlichkeit Gottes. Dann ging ich in das Wort Gottes. Was sagt das Wort Gottes darüber? Dann. I went to my dear friend. In SFA in Germany. Und sehr sehr weit weg in Deutschland. Und ich ging zu einer Veranstaltung. Und ich war wirklich. Und meine Tochter. Meine Frau war damals schwanger mit meiner Tochter. Und sie haben gesagt, dass sie nicht leben wird. Also es wird nicht gut ausgehen. Und ich bin dort hingegangen. Und habe mich eingeschossen in dem Hotelraum. Und habe alles. Und habe alles. Und ich habe also alles. Und ich habe in der Veranstaltung, bin ich immer hingegangen. Und als ich vor diese Veranstaltung ging. Und als ich vor diese Veranstaltung ging. Und sie haben gesagt, dass die Zeitung sie geschlossen hat. Die Khoire in der Wasp-Movie began to move. Und das ist die Khoire nicht mehr begann, dass sie wieder bewegt. Und das ist die Khoire Misschers today. Und das ist weiter als die die Vorleiter. Sie ist in die 6th-Klasse Gymnasium. Und sie ist in der 6th-Klasse Gymnasium. Und sie ist in der 6th-Klasse Gymnasium. Und sie ist doing where? Und es geht ihr gut? So whose report you believe? Also wenn du mich nicht kaufen wir. Whose report you believe? Also wenn du mich nicht kaufen wir. Wenn du mich nicht kaufen wir. Gott, dann ist das dein Problem. Halleluja. Halleluja. The Lord God. Der Herr Gott. The most important thing that I want to tell you. Und das Wichtigste was ich euch sagen möchte. For 17 years. For 17 years. I have refused to be sick. Habe ich mich geweigert krank zu sein. I have refused to be sick. Da habe ich mich geweigert krank zu sein. You didn't understand me. Ja, du hast mich nicht verstanden. I have refused to be sick. Und habe es auch nicht krank zu sein. So also you. Die Lutheran. Refused to be sick. Sei nicht mehr krank. Lebe es auch krank zu sein. Do you know how many businesses have funded up since we have been a business? Und weißt du wie viele Geschäfte bereits verfolgt gegangen sind, an denen wir Geschäfte machen? Viele. 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 Not only africanische Business. Also nicht nur africanische Geschäfte. Not only the Indian People Business. Oder das von den indischen Leuten. Not only Austrian Business. Nicht nur das von den Österreichern. Worldwide. Weltweit. Bet. But. Aber. God. God. Has kept us going. Hat uns immer wieder weitergeführt. God has kept us going. God has kept us going. The word of God that he said. Das Wort Gottes, das er sagt. Has healed me. Hat mich geheilt. Physically. Also körperlich. Spiritually. Geistlich. In my business. Also in the family. Und auch in the family. Hallelujah. Hallelujah. You need the word of God. You need the word of God. What do you do? What do you do? To keep this healing? And that you this healing? Praise. 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 Lobpreis. Ah, you say praise. I praise God. I know how many people. Even as we are talking here now. Also so wie wir jetzt hier sprechen. They have one leg here. One leg here. They have one leg here. And one leg here. They will send messages. And they will send messages. And they will send messages. To one baba. To one baba. To one baba. Wherever. Wherever. And they will be using one hand to say. Pastor, that thing has been done. And they share their vow into two. And they share their vow into two. They will thank the other side. And they will thank the other side. And they will thank the other side. That is not. So ist es nicht. Du musst den Herrn Gott danken, der dich so weit gebracht hat. Halleluja. Danken Gott! Das ist das, was mich hierher gefüttert hat. Ich habe mich hierher gefüttert. Ich habe mit Bruder Adro gerungen und gesagt, ich werde nicht kommen. Er hat gesagt, du musst kommen. Ich habe gesagt, okay. So I came to be a blessing to you. For those of all that are elderly parents, you cannot do something you cannot do for your child and your child will not thank you. What can you do to that child? You will not be happy. Du willest nicht froh darüber sein. From those of all that come from Africa in my own squad to child. Und die von uns, die aus Apfel kommen, die schlagen vielleicht das Kind. Halleluja. The Lord will not spite you. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be grateful to God. Sei dankbar Gott gegenüber. Be grateful unto Him. Sei dankbar. The second one. The second one. The second one. Devote your time. Nimm dir die Zeit. Gib die Zeit. In the household of faith. In the household of faith. Do extra work. Do extra work. Come here. Pick this one. Pick something from the altar. Und, und, und. Gib diese keine Dinge da. Pick it away. Die vom altar weg. Pick them away. Gib sie weg. Auch wenn der altar bereits gereinigt wurde. Reinige ihn noch einmal. Just make yourself available. Make yourself available. Mach dich verfügbar. There is a woman in the Bible. Da gibt es eine Frau in der Bibel. She spent the whole of her time. Und sie hat die ganze Zeit damit verbracht. She was just praying to see Jesus. Gebetet um Jesus zu sehen. She was worse drinking the age. Und sie war bereits älter. Und nachdem unser Herr kam. He said, thank you, thank you, my father, my father. Und hat sie gesagt, danke, mein Vater, mein Vater. That you made this vision to come during my own lifetime. Und dass diese Vision gekommen ist während meiner Zeit. This woman was in the household of faith. Diese Frau war im Haushalt des Glaubens. Making sure that everything is intact. Und zu sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Do extra work in the household of faith. Und extra Sachen tun im Haushalt des Glaubens. Let me see who Mark. Mark. Mark I. Mark I. 42-45. 12.50 with 2.50. The tie. Okay. We will just go through. Hallelujah. 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 Anyway, let me just make the explanation. He said, as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was glanced. And he straightly touched him, and he sent him away, and he said what to him, see, thou say nothing to anyone, this is real, I want us to go. When you have your testimony, the testimony should not be reported to somebody else. First to your pastor, it's number one of the principles to keep your healing. Straight to your pastor, it's your pastor that will seal the testimony. Don't go and start telling somebody else they are. What did he say? Say that, say it to anyone. So the Lord God, he knows that yes, people will miss their healing. Before your pastor will also put some word of wisdom, the way you relate it to somebody else. Before you say it to someone else. Hallelujah. Hallelujah. Say it not fastly to somebody else. Report it first to your pastor. Amen. Amen. We will finish quickly. Job 105. Job 105. Job 105. Job 105. Job 105. Job 105. And it was so many days of the fasting we are going about, that Job said and sacrificed them, and rose up early in the morning, and offered a good offering according to the number of them and Job said. It may be that my souls have sinned and caused God in their hearts. Job was deep, Job continually made sacrifice. Hallelujah. So what I want to say here is that build a wall of redemption around yourself. bilde eine Mauer der Erlösung um dich herum. Eine Mauer der Erlösung um dich selbst herum. Die Gebete, die du bekommst und betest, auch wenn du überhaupt keine Not hast, komm und bete. Komm und bete. Es ist so, als ob du eine Mauer baust. Du baust eine Mauer. Je weniger du betest, desto dünner wird die Mauer. Und wenn du überhaupt nicht betest, dann wird die Mauer weggenommen. Dann hat der Feind einen freien Zugang. Halleluja. Der Feind hat einen freien Zugang. Und da spricht Vers 10. So you need an edge. Also du brauchst also eine Grenze. You need an edge around you. Also du brauchst etwas um dich herum. So that what he has given to you, will not be stolen. What he has given to you, will not be stolen in the name of Jesus. Also wenn der Feind kommt und anklopft, dann bist du bereits vorbereitet. Dann bist du bereits vorbereitet. Und du sagst nein. Und du sagst nein. Und ich erinnere mich, dass der Feind kam und in unserem Haus klopfte. Wir sind nicht zu Hause. Wir haben uns gemerkt, die Türe zu öffnen. Das war nur etwas ganz Normales. Erinnere dich. Und der Feind, der kommt immer wieder zurück. Der Feind kommt immer wieder zurück. Let's see Matthew chapter number 12. Lasst uns Matthäus kapitel 12 anschauen. Vers 43 bis 45. Amen. Wir kennen alle diese Geschichte. Er sagt, wenn der Unreiniger ist, wenn er seine Mann hinausgeht, dann geht er durch einige Orte, und er sucht dann die Ruhe, aber er findet sie nicht. Und dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, in mein Haus, aus dem ich gegangen bin, und wenn er ist Gott, und er findet es leer, und er ist gesäubert und geschmückt. Halleluja. Dann geht er hin, und nimmt mit ihm, sieben andere Geister mit sich. Haha. You see it? Siehst du es? Okay. Du kannst es wieder stellen. Oder du kaufst dir das Tumper. You see the enemy also. Siehst du den Feind auch? The moment he is pulled out. An dem Moment, wo er hinausgetrieben wird, he can be tired. Da kann er auch wieder sein. Looking for dry places. Und er sucht also nach wasserlosen Ständen. Wo wird er jetzt hingehen? Wo wird er jetzt hingehen? Nicht auf meinem Platz. Nicht an diesem Ort. Daher. In die Straße. Nicht hier. Das ist warum. Gib keine Chance dem Feind. Und er schaut wem er führen kann. Wo er dort war. Da wird er wieder hingehen. Und er wird wieder dort hingehen. Let me tell you a quick story. We will close the door. When I was healed. Sometimes. I feel the pain. The similar pain. Diese gleichen Schmerzen. Die mich ins Spital gebracht haben. Was habe ich getan? Was? Ich habe gesagt Ruhe. Du kannst nicht da sein. Der Ort ist für Jesus. Dieser Körper. Ist für Jesus. So muss ich mich tragen. Also du musst mich tragen. Halleluja. Amen. Amen. Und ich sprich das Wort. Ich sage. Wieso immer der Sohn Gottes freigesetzt hat. Er ist wirklich frei. Also du hast keinen Bereich herzukommen. Du kannst nicht in meinem Körper bleiben. Also wenn du auch so einen ähnlichen Fall hast. Dann sprich das Wort Gottes. Zu diesen Schmerzen. Und eines ist, dass dein Pastor mit dir stimmt. Denn du kannst dich dafür entscheiden, dass du nicht geheilt wirst. Das ist eine Wahl. Das ist eine Wahl. Das ist eine Wahl. An diesem Tag. An diesem Tag. Er hatte Schmerzen. Er hat gesagt Oh. Kann ich mit dir beten, dass du geheilt wirst? Er sagte Nein. Er möchte nicht geheilt sein. Und er hat gesagt Ja. Okay. Even if you die, you still go to heaven. Er hat gesagt Ja. Wenn du stirbst, dann geht es um den Himmel. Er hat gesagt Ja. Heaven is filled. So he is not a candidate. Und er hat gesagt Ja. Der Himmel ist schon voll. Er ist dafür kein Kandidat. Ich war schockiert. So mind the doctrine that you are listening to. Also pass auf, zu welcher doctrine du zuhörst. Hallelujah. So when your pastor agrees with him, say, will you like to be healed? I believe that you want to ask them. I've watched some of your clips. Do you want to read him down? Hallelujah. Yeah, an diesem Ort. And they agree. Und die haben die Beine gestimmt. You have some here. Who have some here? I have some here. That is point of contact. Those are what I'm going to die. Here, here. Point of contact. And the person gets healed. But it's your choice to get healed. And it's your choice to keep your healing. So what you are hearing today. I want to encourage you. View the air of the world of salvation around yourself. Because that scripture said, In great and wrong, all we can. Denn diese Schrift sagt, er hat noch Böse recht, Bösehaltige gebracht. Und das ist aber nicht das, was für dich bestimmt ist, in jedem Leben. Hallelujah. Amen. Resist the devil. Und er wird fliehen. Refuse all his works. Und lehne all seine Taten ab. Refuse all those symptoms. Und lehne all diese Symptome ab. Refuse to fall into all those Troubles. Und weiter dich in all diese Probleme hineinzufallen. And to those people that are going to sell paper. Und diese Leute, die Zeitungen verkaufen. I sold paper in this land. Ich habe auch Zeitungen verkauft in diesem Land. And I believe they will put this thing in YouTube. Und ich glaube, dass sie das hier auf YouTube senden. I sold paper with my wife. Ja. I was in Vendor. Vendor. That is what we call it in my land. Also so, Lendbinders. Ja, I have to her side. Vendor. Hallelujah. I was in Vendor in this land. Und die Farsjöne in diesem Land. When I was in the university. I think it was in the universitet. We will go this one. Like this. Help me. I will go and collect it. Ich gehe und sammle sie ein. I will go and put my wife at the Uber. Und ich stelle meine Frau zu Uber. She will begin to disable this. Und sie verteilt das. At the end of the day. Schlussendlich. We get about 7 Euro for the about 4 hours she will stand there. Und da bekommen wir dann 7 Euro dafür, dass sie 4 Stunden dann steht. That was it. So war das damals. God also acknowledge. God acknowledge the little beginning. Und Gott schenkt den kleinen Anfang. I don't just come up like that. Ich bin nicht einfach so aufgestiegen. Also wenn dein Geschäft. If you are selling Augustine or whatsoever. Also wenn du Augustine verkaufst oder was auch immer. They drag you from this bar off. Und die verschweigen dich von dem Bahnhof. Go to another one. Dann geht zu einem anderen. The second day come back here. Und am zweiten, nicht zählen, dann komm wieder zurück. In the drive you. Und wenn sie dich wieder verjagen. Go to another one. Dann geht zu einer anderen. The fourth day go back. Und am zweiten, dann komm wieder zurück. Keep going in there. Und geh immer wieder dort hin. You will have your breakthrough. You will have your breakthrough. So keep putting it there. And of course you will have your breakthrough. You will have your breakthrough. So keep putting it there. Keep putting it there. And that's true. Und die für die die Autos kaufen und verkaufen. Gib diese Papiere dorthin. Ich habe das früher gemacht. I did it before. Ich habe das früher gemacht. und ich schreibe das auf ein Stück Papier und gebe das dann in das Auto und einen Tag haben sie mich angerufen also gib diese Papiere dorthin Halleluja Do you know how many times George Washington tried the presidential election failed keep pushing also gib, geh weiter gib pushing gib pushing Halleluja Amen Term has failed us but I want to ask one thing aber ich möchte noch etwas fragen how many of us have red card here anybody has red card here bring it fast here fast, fast, fast roll bring it quick quick we have the brother Israel please drop it here quickly bring your card your brother party bring your card pastor bring your card please any green card green bring your green ist Das war's für heute. Das war's für heute. Amen. 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 Amen.